Wir laden Sie herzlich ein zu unserer siebten Hannover Herzmesse, der HHM, erstmals hier an der Medizinischen Hochschule Hannover. Wir erwarten Experten aus ganz Deutschland zu speziellen Fragestellungen der Herzgefäß- und Lungenmedizin. Die Vorträge sind interaktiv mit Möglichkeiten der aktiven Teilnahme. Die Hannover Herz und Lungenmesse hat sich jetzt sehr gut etabliert. Wir haben fantastische Fachvorträge im wissenschaftlichen Bereich, aber auch im Bereich Umsetzung in den Alltag für praktische Ärzte und für die Patienten. Und über noch mehr Zuspruch aus der niedergelassenen Praxis würden wir uns sehr freuen. Ich glaube, dass die Studenten auf der Herz-Lungen-Messe einen Einblick in den Alltag bekommen, in die praktischen Belange des Alltags, in die intellektuellen Fragestellungen und dass sie sich danach wesentlich besser vorstellen können, wie ein Beruf in der Kardiologie, in der Pneumologie, in der Herz-Thorax-Chirurgie heute gestaltet ist. Und wenn man sieht, wie gerne die Studenten das annehmen, dann sind wir hier auf dem richtigen Weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017